Guten Morgen, Entschuldigung wegen der anfänglichen technischen Schwierigkeiten. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Es war an einem Samstagmorgen im Juni. Ich lag noch im Bett, bin aufgewacht, drehe mich um, schaue auf mein Handy und sehe eine sehr, sehr große Anzahl von E-Mails. Wir hatten Fehler auf unseren Produktionssystemen, zumindest laut den Warnungen. Meine mentale Situation war demzufolge ungefähr so. Als verantwortungsbewusster Entwickler geht man natürlich dann her und reagiert. Und zwar als erstes, indem man sich einen Kaffee holt und dann einen Rechner setzt. Am Laptop habe ich dann gesehen, dass wir im Online-Shop gerade Produkte entfernen. Und zwar ziemlich viele und ziemlich schnell. Natürlich als Entwickler sagt man, gut, vermutlich ist es meine Schuld und kontrolliert erstmal die eigenen Services. Dafür habe ich die Logfiles der entsprechenden Services durchgeschaut und bemerkt, verdammt, wir sollen das machen. Der Service arbeitet korrekt. Wir haben da wirklich ein Problem. Das ist nicht einfach, dass wir den Service abstellen können. Wir kriegen gerade den Auftrag, alle Produkte aus dem Online-Shop zu löschen. Ja, nicht so gut. Wie gesagt, das Hauptproblem war, es ist zeitkritisch. Wir löschen Sekunde für Sekunde Hunderte von Produkten aus dem Shop. Und als nächstes habe ich dann erstmal die Bereitschaft alarmiert, die wiederum die entsprechenden Kollegen gefunden hat, die erstmal das Löschen stoppen konnten. Nach einer gewissen Zeit haben wir es dann geschafft, dass wir zumindest so waren, dass wir nicht noch mehr Produkte aus dem Shop löschen. Und nur wenige Stunden später haben die Kollegen es dann geschafft, dass wir sogar wieder alle Produkte im Online-Shop hatten. Das Ganze war deshalb möglich, weil wir sehr viel an zentrale Stellen loggen. Das heißt, wir haben sehr schnell Zugriff auf unsere Log-Files und können deshalb sehr schnell identifizieren, wo die Fehler sind. Jetzt vielleicht kurz zu mir, damit Sie die Geschichte ein bisschen einordnen können. Ich bin Simon Schneider, ich arbeite bei der Rewe Digital und kümmere mich da um die Suche. Also hier oben dieser Suchschlitz und alles, was danach passiert, da kümmert sich mein Team und ich drum. Ja, das ist eine kleine Geschichte, wo zentrales Logging halt ein sehr wichtiges Thema gespielt hat. Aber was ist denn die Alternative zu zentralem Logging? Die meisten Leute kennen wahrscheinlich neben zentralem Logging auch die ganz normale Art von filebasiertem Logging. Das sieht dann ungefähr so aus. Wir haben unseren Client, Entwickler-Laptop, Support-Laptop und unsere Server. Und diese Server schreiben lokal auf die Platte und der Client muss entsprechend hier die Daten anfragen. Wenn wir jetzt zentrales Logging betrachten, drehen wir den Spieß ein bisschen rum. Wir haben wieder unseren Client und unsere Server, aber diesmal haben wir noch eine zusätzliche Komponente, unsere zentrale Log-Datenbank. In die schreiben alle Server ihre Logs und wir können jetzt als Anwender die Logs abfragen. An einer zentralen Stelle und meistens auch sehr, sehr schnell. Jetzt vielleicht mal eine kurze Frage, nachdem ihr das ein bisschen einordnen könnt, was zentrales und was dezentrales Logging ist. Wer von euch hat denn schon mal mit zentralem Logging gearbeitet? Sehr gut. Wer von euch hat mit zentralem Logging und Elasticsearch gearbeitet? Und wer von euch arbeitet in seiner Arbeit täglich damit? Doch etwas weniger als gedacht. Ja, ich bin jetzt in der guten Situation, dass ich zum Glück täglich damit arbeiten darf. In meiner Ausbildung konnte ich das nicht. Da hatten wir nämlich dezentrales Logging. Und zwar mit mehreren hundert Kunden. Und jede Kundeninstallation hatte 50 Gigabyte Logfiles am Tag. Wir sind da so auf 10 Terabyte Logs insgesamt gekommen, die wir weltweit produziert haben mit den Systemen. Da wir als Firma damals, also das war bei einem mittelständischen Unternehmen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, auch Support leisten mussten für die Systeme, waren wir gezwungen, auf diese Systeme zuzugreifen, um die Logfiles einzusehen. Das hat im Durchschnitt 15 Minuten gedauert. Wie gesagt, das waren Systeme beim Kunden. Das heißt, man musste sich authentifizieren über Jumphosts usw. und so fort. Entsprechend lang. Für den Kunden, für den das missionskritische Anwendungen waren, war das natürlich überhaupt nicht cool, weil der früher nach 15 Minuten überhaupt was zu seinem System wusste. Früher konnte der Support-Mitarbeiter ihm gar nichts sagen. Der Lichtblick am Ende des Tunnels war dann zentrales Logging. Die Idee war, okay, wir nehmen alle diese Systeme und lassen die das zentral in eine Datenbank schreiben. Das heißt, jeder Entwickler, jeder Supportler kann die Logs einfach einsehen, indem er seinen Browser nimmt und das aufruft. Ja, wir haben uns da neben der Schnelligkeit auch noch Sicherheit versprochen. Das heißt, wir wollten sicherstellen, dass wir Zugriff auf die Logs haben, jederzeit bei einem Kundensystem, das komplett ausfällt, ist das dann schwierig, sich noch irgendwie einzuloggen. Und wir wollten natürlich auch DSGVO-konform sein. Wenn man sich jetzt überlegt, das war noch zum Glück vor DSGVO-Zeiten, wir haben Logfiles, die werden von einem Rechner auf den anderen kopiert und da stehen personenbezogene Daten drin, ist es schwierig, da DSGVO-konform zu bleiben. Wenn man jetzt aber zentrales Logging hat mit Audit-Logs zum Beispiel und eben Pseudonymisierung und so weiter, alles einbaut, dann hat man die Möglichkeit, DSGVO-konform zu arbeiten. Wir haben uns damals entschieden, dann zentrales Logging mit dem Elastic Stack zu machen und haben dafür einen Prototypen gebaut. Der hatte ein paar Constraints. Wie gesagt, wir mussten aus Kundennetzwerken ins böse Internet loggen. Das fanden die erstmal gar nicht gut. Mit ein bisschen Überzeugungsarbeit hat das aber zum Glück geklappt und wir haben tatsächlich einen Prototyp beim Kunden lauffähig gebracht. Unsere Fazits damals waren, wenn man zentrales Logging wirklich von Null auf anfangen will mit Legacy-Anwendungen, dann kostet das sehr, sehr viel Geld. Wir haben ein komplettes Entwicklerjahr da reingesteckt und zusätzlich Infrastrukturkosten gehabt. Wie gesagt, wir reden hier von 10 Terabyte Logs pro Tag. Das Ganze in der Cloud. Wer Lust hat, kann ja mal einen Google Cloud Rechner aufmachen, aber das ist schon einiges, was das kostet. Und die Kosten waren vorher natürlich einfach nicht da, weil die haben die Kunden getragen. Und jetzt muss man das entweder den Kunden erklären, dass das jetzt was kostet, dass man Support leistet oder mehr kostet oder man findet andere Wege zur Finanzierung. Für uns Entwickler war das damals natürlich ziemlich cool, dass wir jetzt dieses Tool hatten und die Daten beim Kunden einsehen konnten, denn wir waren verdammt schnell. Wir haben zum ersten Mal diese Live-Systeme in Echtzeit betrachten können beim Kunden. Und das bei Kunden, die zum Beispiel in Neuseeland waren und somit auf der anderen Seite der Erde. Und wir konnten da live zuschauen, was da passiert. Außerdem hatten wir halt die Möglichkeit, die Produktionssysteme besser abzusichern, weil viele Leute da gar nicht mehr drauf mussten. Alle Leute, die da nur draufgegangen sind, um eben Logfiles zu lesen, die mussten da jetzt nicht mehr drauf und haben dann keinen Account mehr gebraucht. Das ist die Story von meiner Ausbildung, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen zum Elastic Stack erklären. Der Elastic Stack besteht aus verschiedenen Komponenten und eine der ersten Komponenten sind eben Beats. Beats sind Datashipper, die wir dafür hernehmen, um eben Daten von unserem Produktionssystem wegzuschieben erst mal. Die können an verschiedene Stellen die Daten schieben, zum Beispiel in Elastic Search oder an Logstash. Da komme ich gleich noch drauf, was das ist. Um die da eben weiter zu verarbeiten oder zu speichern. Die Anforderungen an so einen Beat-Prozess sind Schnelligkeit, Ressourcenschonung. Wie gesagt, die sollen ja auf dem Produktionssystem mitlaufen. Und wir wollen natürlich auch, dass die zuverlässig arbeiten, also keinen Logs verlieren und so weiter. Wir haben von diesen Beats verschiedene Arten. Es gibt einmal die File-Beats, die einfach Dateien einlesen. Metric-Beats, die eben Systemmetriken abfragen, wie CPU-Auslastungen und so weiter. Dann Packet-Beats, mit denen können wir Netzwerkverkehr praktisch analysieren. Und noch viele weitere wie Winlog-Beats, der eben Ereignisprotokolle von Windows ausliest. Der Audit-Beat, der das Linux-Audit-Framework anzapft. Und mit Heartbeat haben wir sogar die Möglichkeit, eben HTTP, ISCMP oder TCP-Pings zu senden. Und dadurch eben dann Health-Checks auf unseren Produktionssystemen zu machen. Falls das immer noch nicht reicht, gibt es auch die Lib-Beat. Das ist eine Go-Library, mit der haben wir die Möglichkeit, unsere eigenen Beats zu programmieren. Und dann eben auf den System laufen zu lassen. Die nächste Komponente des Stacks ist Logstash. Wie gerade schon erwähnt, Logstash kann eben Daten von Beats aufnehmen, kann die aber auch direkt aus Dateien einlesen, oder von Redis, oder von Kafka, von Salesforce und noch viele mehr. Und das von Haus aus. Und wir können dann die Daten mit Logstash aufbereiten. Zum Beispiel DSGVO-konform machen. Wir haben da verschiedene Parser, um Log-Nachrichten zu zerlegen. Wir können bestimmte Felder löschen, ersetzen. Da werde ich später noch einiges zeigen, wie das alles funktioniert. Und wenn uns das, was Logstash von Haus aus mitliefert, nicht reicht, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, da Ruby-Code oder Java-Code zu schreiben, der dann eben die Daten entsprechend transformiert. Im Endeffekt, wenn Logstash die Daten bearbeitet hat, geht es einfach her und schiebt die in irgendeinen Output. Da haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten. Redis, Kafka und natürlich Elasticsearch. Die von mir präferierteste Variante. Die beiden Komponenten, die ich jetzt vorgestellt habe, bilden den Ingest-Layer des Elastic-Stacks. Darauf aufbauend ist dann eben Elasticsearch die nächste Komponente, die ich vorstellen will. Elasticsearch ist erstmal eine Suchmaschine, basiert auf der Lucene-Bibliothek und versucht halt von dem Aspekt der Suchmaschine her, so diesen Kompromiss zwischen Speicherplatz auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Geschwindigkeit hinzukriegen. Das heißt, im Normalfall, wenn wir Elasticsearch mehr Speicherplatz zur Verfügung stellen, wird es schneller. Natürlich braucht man noch ein bisschen mehr wie CPU-Ressourcen und RAM, aber Speicherplatz ist meistens einer der Hauptprobleme dabei. Elasticsearch ist auf 300 Knoten skalierbar. Also so ein Elasticsearch-Cluster, da kann man auch mal 300 Knoten reinhängen, wenn man will. Wir sind von der Datensicherheit her, haben wir eben die Möglichkeit, mehrere Mechanismen einzubauen. Zum einen gibt es die sogenannte Chart-Replication. Das heißt, wir duplizieren Daten auf mehrere verschiedene Knoten in diesem Cluster. Und wenn uns das nicht reicht, haben wir immer noch die Möglichkeit, das komplette Cluster mit der sogenannten Cross-Cluster-Replication zu duplizieren. Und somit sind alle Daten doppelt vorhanden und wir können sogar ein komplettes Cluster ausfallen lassen, ohne Datenverlust zu erleiden. Von der Kompatibilität her kann man einfach nur sagen, das ganze Ding hat eine RESTful-API. Das heißt, wenn man wirklich so lecker als dieses System hat, kann man auch mit einfachem Curl-Statements, Logs da reinschieben oder zumindest irgendwelche Daten da reinschieben, was sehr, sehr praktisch ist in bestimmten Enterprise-Architekturen. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt seit kurzem auch die Möglichkeit, eben mit SQL-Daten aus Elasticsearch zu extrahieren. Das heißt, wir können unsere gewohnte Sprache zur Datenbankabfrage jetzt auch hier drauf nutzen. Ja, Elasticsearch bietet eben den Store, Analyze und Search-Layer an. Da machen wir praktisch alles, was irgendwie Backend-Aufgaben sind, drauf. Und jetzt kommt noch oben drauf der Visualisierungs-Layer mit Kibana. Kibana ist die Komponente, die uns eben erlaubt, die Daten darzustellen und den ganzen Stack zu verwalten. Den Stack können wir jetzt auf verschiedene Weisen deployen. Zum einen gibt es von Elastic Cloud eben diese Software-as-a-Service-Solution, wo wir einfach nur hergehen können und sagen, wir wollen Cluster haben, so und so groß, XYZ, und ein bisschen Konfiguration mit schönen GUI-Elementen einstellen können. Und dann haben wir ein Elastic Cluster. Das ist sehr, sehr praktisch, um einfach mal damit rumzuspielen. Wenn man jetzt Produktionsumgebungen hat, reicht das oftmals auch aus. In Enterprise-Architekturen hat man teilweise halt die Problematik, dass man das nicht in der Cloud hosten darf und muss das dann selber hosten in Rechenzentren. Da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder man holt sich eben diese Elastic Cloud Enterprise, die kostet Geld, bietet natürlich Support und noch ein paar weitere Features. Mit der kann man beliebig viele Cluster erstellen und die integriert sich eben in die normale Rechenzentrums-Software-Struktur, wie zum Beispiel VMware oder auch Kubernetes. Oder auf der anderen Seite haben wir eben noch die Standalone-Installation, wo wir wirklich in Elastic Search auf einer Bare-Metal-Maschine installieren. Ja, das ist der Deployment Layer des Stacks. Und ja, jetzt vielleicht mal, wie viele Logs habt ihr in den Elastic Clustern, mit denen ihr bisher gearbeitet habt, so gehabt? So 100 Gigabyte oder mehr? Okay, mehr als 1000 Gigabyte. Ja, vielleicht kommt ihr ja doch dazu. Wenn ihr nämlich ein bisschen mehr Daten in so einem Elastic Cluster habt, dann ist es oftmals ziemlich teuer, das alles auf SSDs zu speichern. Darum gibt es da eine Architektur, die nennt sich Hot-Warm-Architektur, mit der man eben so ein Cluster aufbauen kann, um praktisch preissparend zu arbeiten und trotzdem viel Daten aufzunehmen. Ich habe hier mal ein bisschen aufgemalt, welche Node-Typen wir in diesem Cluster haben. Wir haben die Master-Nodes von Elastic, die das Cluster managen. Wir haben die Hot-Nodes und wir haben die Warm-Nodes. Die Daten kommen bei der Master-Node rein und hier wollen wir nichts speichern. Das heißt, wir verwalten hier nur die Daten und sagen, dieser Datensatz soll auf folgende Hot-Node abgelegt werden. Bei den Hot-Nodes ist es so, dass wir da wirklich den größten I.O. haben. Das heißt, wir kriegen hier dauerhaft die Daten rein und bei Log-Daten ist es ja häufig so, dass die aktuellen Daten die interessantesten und die wichtigsten sind und die auch am häufigsten abgefragt werden. Das heißt, wir haben auch hier die meisten Queries drauf. Damit wir jetzt aber kostensparend arbeiten können, wollen wir die Logs hier nicht länger drauflassen als unbedingt nötig und können jetzt nach ungefähr drei Tagen die Logs auf diese Warm-Nodes verschieben. Hier können wir dann kostengünstigere Speichermedien einsetzen, um somit die Kosten zu reduzieren, aber die Daten dennoch langfristig aufzubewahren. Wenn man jetzt an Logs denkt, die zum Beispiel im Bankenumfeld sind, die dann noch länger als jetzt hier vielleicht 14 Tage oder so aufbewahrt werden müssen, dann ist das schon ziemlich wichtig, dass man eben hier noch billigere Speichermedien hat. Ja, so viel zu dieser Architektur. Jetzt möchte ich ein bisschen was aus der Praxis zeigen. Wir haben bei Rewe Digital mehrere Elastic Stacks und die sind jeweils für die entsprechenden Umgebungen angepasst. Ich möchte euch hier jetzt mal den Elastic Stack aus unserem Online-Shop zeigen. Der ist wie folgt aufgebaut. Wir haben unsere Docker-Nodes. Da laufen die Microservices drauf, aus denen der Online-Shop besteht. Da haben wir FileBeat drauf installiert. Das liest die Daten erstmal ein. Und wir haben Logstash. Und dieses FileBeat sendet die Daten direkt an das Logstash auf diesem Node. Danach werden die Daten weitergereicht an den Ingest-Node. Dort landen die erstmal in einem Redis, werden dann von einem Logstash hier wieder weiterverarbeitet und schlussendlich in Elastic Search geschoben. Von da aus, das sind gleichzeitig unsere Master-Nodes hier, laufen die Daten dann eben in die Data-Nodes rein und werden da gespeichert. Zum Abfragen haben wir jetzt nochmal zwei Extra-Nodes. Die Kibana-Nodes hier drüben. Die haben eben einmal Kibana drauf und nochmal ein Elastic Search, um eben hier ein bisschen Caching zu betreiben. Aber hier werden keine Daten gespeichert, sondern hier wird praktisch nur das Routing gecached, dass man halt die Daten, die für die entsprechenden Queries benötigt werden, nicht hier drüber erstmal anfragen muss, sondern genau weiß, das Datum, was benötigt wird, liegt auf dieser Data-Node 7 oder so. Ja, gibt es hierzu Fragen? Ja. Ja. Also, ich kann mal hier nachschauen. Wir haben pro Tag, also die Frage war, wie das Ganze skaliert ist. Wir haben pro Tag 510 Gigabyte Log-Daten im Durchschnitt und die landen in, so, hier Hot-Nodes sind 10 Hot-Nodes mit jeweils 1 Terabyte SSD und 64 Gigabyte RAM. Also, und das auf Bare Metal, weil, damit wir diesen Daten so durchsatz überhaupt schaffen, wir hatten das vorher mal in VMs, aber da war das halt so, dass es viel zu langsam war, weil einfach die Virtualisierung von der IO hat diese Leistung nicht hergebracht. Ja. Und in Warm-Nodes haben wir dann nochmal 6 Stück mit 2 Terabyte RAM jeweils. Cores, jeweils 4 CPU-Cores. Ja. Also, an sich ist die Auslastung von den Cores bei den Daten-Nodes gar nicht so schlimm. Bei denen ist halt wirklich das Problem, wir brauchen sehr viel RAM und halt sehr viel schnellen Speicher. Also, wir haben diese SSDs, sind auch alle im RAID 0 geschaltet. Also, jeweils 2 SSDs in 1 RAID 0, damit wir eben diesen Speed überhaupt hinbekommen. Also, dieser Shop wächst ja Tag zu Tag und die Logs werden immer mehr und dementsprechend muss das auch hochskaliert werden. und dann, ja, was ist, ja? Okay. Also, die Frage war, wie wir an die Logs auf den Docker-Nodes rankommen. Das kann ich später auch nochmal zeigen im Live-Coding. An sich haben wir hier eben einfach nur das Filebeat, was diesen Docker-Input nimmt. Oder Container-Input heißt er inzwischen. Und der liest die Daten eben ein und schickt die hier direkt an den Log-Stash. Ja, ich glaube, nee, der enkodiert die nicht mal. Also, hier lesen wir wirklich einfach diese Dateien, die Docker schreibt, direkt ein. Weil, da war, Sekunde, da muss ich nachschauen. Ja, hier. Es gibt ja auch dieses GELF. Das ist was, was Docker standardmäßig anbietet. Das ist so eine Schnittstelle, mit der man Logs eben übertragen kann. Die ist allerdings von Docker auf 16 Kilobyte pro Sekunde oder so reduziert und irgendwie sind wir an das Limit herangestoßen auf den Nodes. Und dann hat das nicht mehr so ganz funktioniert. Wir haben eine andere Lösung gesucht und in dem Zuge sind wir eben auf FileBeat umgestiegen. Noch weitere Fragen? Ja. Okay. Also, die Frage war, warum wir die Daten nicht direkt hierher schieben mit FileBeat. Das hängt mit der Struktur zusammen, wie wir unsere Docker-Nodes aufbauen. Wir haben, also, jetzt müsste ich Ihnen lügen. Also, wir haben auf jeden Fall mindestens 20 von den Docker-Nodes, das weiß ich. Und das Problem ist, dass da nicht nur die Microservices drauflaufen, sondern eben auch Reverse-Proxies, die eben eigene Log-Formate haben. Und jetzt müssen wir die irgendwie konvertieren. Wenn wir das erst hier machen würden, hätten wir das Problem, dass wir alle Hosts gleichzeitig updaten müssten, wenn sich das Log-Format ändert. Oder wir versionieren hier irgendwas und so können wir praktisch Host-for-Host updaten und verlieren hier haben hier Standard-Konform-Log-Output, der eben hier aus dem Log-Stash rausfällt. So, dann würde ich weitermachen, wenn es keine Fragen gibt. Dann haben wir noch einen zweiten Elastic-Stack, der ist ein bisschen kleiner und auch einfacher aufgebaut. Der ist bei uns im Big Data Tribe und läuft auf Kubernetes. Wir haben auf Kubernetes einfach FileBeat als Daemon-Set deployed und FileBeat schreibt direkt in unser Elastic-Search-Cluster, was auch in Kubernetes läuft und nebendran läuft noch ein Kibana, um eben die Logs abzufragen. Also man sieht, man kann diese ganze Architektur auch sehr viel vereinfachen, wenn man eben Standard-Konform-Log-Output hat, den wir in der anderen Umgebung leider noch nicht haben. Gibt es hierzu Fragen? Ja, dann würde ich jetzt zum Live-Coding übergehen. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Kann ich das umstellen? Ach nee, ihr habt das. Sehr gut. Ja, ich habe hier so einen kleinen Online-Shop dabei. Der ist effektiv nur dafür da, dass wir Log-Daten generieren können. Also wir können hier zwar auch suchen und dann finden wir auch Produkte. Ah, er hat doch weg. Das ist schlecht. So, dann probieren wir es doch mal so. Jetzt solltet ihr was sehen. Jetzt sehe ich zwar nichts mehr, aber irgendwie geht das schon. Da kriege ich eine. Hopp. Nee. Ich versuche mal die Monitore wieder. Doch. So. Ja, besser. Dann sehe ich auch was. Ja, hier. Also ich kann hier ganz normal suchen. Und das erzeugt mir jetzt eben Logs. Der Online-Shop ist, so, wieder zu den Folien, wie folgt aufgebaut. Und das möchte ich mit euch jetzt gleich ein bisschen programmieren. Wir haben einmal die Services. Da haben wir einen Nginx, der eben dieses HTML hostet, was ihr gerade gesehen habt. Und wir haben noch ein Such-Backend als Microservice, das eben die Suchanfragen beantwortet. Die beiden produzieren uns jetzt Logs und die lesen wir jetzt mit FileBeat gleich ein. Das Ganze läuft alles in Docker. Also, ja. Dann will ich die Daten mit Logs aufbereiten. Einmal die Access-Logs ein bisschen bearbeiten. Dann die Geo-Koordinaten zu der IP-Adresse rausfinden. Und schlussendlich noch ein bisschen mehr Informationen aus dem User-Agent-Header rauskitzeln. Und das Ganze zum Schluss natürlich in Elasticsearch schreiben. So. Hier ist jetzt mal der Log-Output, so wie er roh aus den Docker-Containern kommt. Man sieht schon, das ist JSON, aber es ist noch sehr, sehr unübersichtlich. Damit wir jetzt aus diesem Wust was rauskriegen, haben wir eben jetzt als ersten Schritt, ich mache das mal kurz aus. Sehr gut. Als ersten Schritt das Einlesen der Log-Files mit FileBeat. Kann man das so halbwegs lesen? Ja. Wir haben hier diesen Input vom Typ Container, der vorhin schon angesprochen wurde. Und wir lesen diese Daten im Format Docker ein. Somit weiß FileBeat jetzt, dass es sich hier um die Docker-Log-Files handelt. Das hier ist so eine Flag, die wir setzen müssen in dem Fall, weil die Logs nicht unbedingt immer vollständig rausgeloggt werden. Sondern es halt auch sein kann, dass eine Zeile nur partiell rausgeloggt wird. Und dann können wir hier die Log-Files einlesen von diesem Pfad. FileBeat läuft hier jetzt in dem Setup auch in einem Docker-Container. Drum habe ich das eben unter HostFS gemountet. Dann geht FileBeat netterweise noch für uns her und dekodiert uns diese Textzeilen schon mal in JSON-Objekte. Das heißt, wenn wir jetzt gleich in Log-Stash arbeiten, arbeiten wir immer auf den dekodierten JSON-Objekten. Hier will ich noch ein bisschen Error ignoren, dass wir da nicht abstürzen. Und schlussendlich senden wir alles hier unten eben an Log-Stash. Ich mache das mal noch ein bisschen größer. In Log-Stash kommen dann die Daten hier rein über diesen Input. Und jetzt können wir die hier bearbeiten in dieser Filter-Sektion und in der Output-Sektion schreiben wir dann rein, wohin diese Logs geschickt werden sollen. Das hier ist jetzt ein bisschen komplizierter formuliert, aber im Endeffekt steht hier nur, welche Hosts wir in diesem Elastic-Cluster haben und wie der Index heißen soll. Ich habe hier jetzt noch eine Policy angegeben, die ist wichtig, dass wir halt nicht alle Logs immer in den selben Index packen, sondern dass, wenn der Index zu groß wird oder zu alt wird, wir einen neuen Index aufmachen. Das macht Logs ja schon komplett für uns automatisch, wenn wir hier diese Policy eben angeben. Jetzt als allererstes möchte ich mit euch die Logs so weit aufbereiten, dass wir uns die mal in Kibana anschauen können. Dafür müssen wir ein bisschen was rauslöschen, weil das sonst ein sehr großer Wust wird an Feldern. Und das machen wir, indem wir so einen Mutate-Filter nehmen und da können wir dann eben sagen, entferne uns das Feld beziehungsweise hier in dem Fall die Felder. Dann nehme ich einfach die Liste von Feldern, klatsche die hier rein und schon sind die nicht mehr in diesem Log-Objekt, das wir reinkriegen. Also vielleicht zur Erklärung, jede einzelne Logzeile kriegen wir als JSON-Objekt eben rein und die durchläuft alles hier im Filter und wird dann an Elastic Search geschickt. Das heißt, wir betrachten hier auch immer nur eine einzelne Log-Message. Dann habe ich hier noch als Kommentar reingeschrieben, wenn wir irgendwas nicht inkodieren können, dann haben wir diese Error-Flag. und wenn die gesetzt ist, dann wollen wir eben hergehen und das einfach ignorieren. So, nein. Ignorieren machen wir, indem wir einfach die Logzeile droppen. Jetzt wird die nicht mehr weiterverarbeitet. Das reicht auch schon aus, damit wir die Logs soweit aufbereitet haben, um die in Elastic Search zu schreiben. Und damit würde ich jetzt mal ein neues Cluster erstellen und dann können wir uns die Log-Files da anschauen. So, ich mache das mal klein. Gibt es hierzu schon Fragen? Ja? Ja? Die Logs werden noch jetzt von normalem Text und so selbst vom anderen der Webseite etwas vorbefertigt für was der mögliche Export ist. Oder das einfach nötig? was das selbst meint? Also, die Frage war, wie die Logs aussehen zurzeit, wenn ich das richtig... Oder... Wie dieser Übergang von normalem Text in den Logs ist? Okay. Also, die Frage war, wie dieser Übergang von normalem Textlog zu JSON stattfindet. Die Antwort darauf ist gar nicht, weil alles schon in JSON geloggt wird. Ich kann hier mal die Nginx-Konfiguration zeigen und hier ist das Log-Format in dieser Zeile und ich habe den Nginx so konfiguriert, dass er JSON loggt. Und auch der Backend-Service ist so konfiguriert, dass er JSON loggt. Somit müssen wir das eben nicht aufbereiten. Das ist auch einer der wichtigsten Punkte. Wenn ich das nicht aufbereiten muss, können da keine Fehler passieren und dementsprechend habe ich saubere Daten im Log. Wenn ich jetzt nur Textlogs habe, dann muss man die eben in Log-Stash selber aufbereiten. Da komme ich später noch zu. Da habe ich auch ein kleines Beispiel dabei, wie sowas aussieht, diese Aufbereitung. So. Ja. Braucht heute etwas länger. Jetzt. Wir schauen mal, ob der Online-Shop geht. Sehr gut. Suchen mal ein paar Mal nach Bio. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Daten im Shop erzeugt und können uns die jetzt mit Kibana anschauen. So. Ich hoffe, das ist groß genug. Wenn wir uns Daten anschauen, dann sieht das erst mal so aus. Hier oben sehen wir, wie viele Logs gerade reingekommen sind. In dem Fall 92 Log-Meldungen. Und die Logs sehen dann erst mal so zerwustelt aus, weil eben alle Informationen jetzt als JSON reingepackt sind. Können uns das auch hier wirklich als JSON-Dokument anschauen. Sieht nicht wirklich besser aus. Was wir aber jetzt machen können, ist, wir wählen uns die Felder aus, die uns interessieren. Und schon sieht man, aha, wir haben hier Logs, die eben als Search-Term, die uns eben sagen, dass nach Bio gesucht wurde. Ansonsten ist hier noch viel dabei, wo man eben nicht viel rauslesen kann. Wie gesagt, wir schreiben gerade erst mal alles rein, ohne das aufzubereiten. Drum sind viele Felder einfach auch leer. Ja, hier unten haben wir noch mal ein paar Logs, die uns eben sagen, dass wir 100 Produkte im Shop haben und die entsprechend eben verfügbar sind. Soweit ist jetzt erst mal die Basis, mit der wir arbeiten können. Und jetzt können wir anfangen, die Log-Messages tatsächlich aufzubereiten. So. Ja, nein, das ist da unten. Ich gehe jetzt mal. So. Ich habe hier mir Kommentare reingeschrieben, was wir jetzt tun müssen, um die Logs eben aufzubereiten. Im ersten Schritt wollen wir hergehen und herausfinden, ob ein Log von NGICS kommt oder nicht. Dafür schreibt jeder Service rein, wie er heißt. In dem Fall schauen wir jetzt also einfach, wenn in der Logzeile NGICS drinsteht als Service-Attribut, dann ignorieren wir das und gehen weiter. Und wenn da eben nicht NGICS drinsteht, dann bearbeiten wir den Eintrag. Da können wir jetzt auch wieder diesen Mutate-Filter nehmen. Mit dem benennen wir jetzt als erstes mal das Attribut MSG um, was wir gerade gesehen haben. Fehler mit den Klammern. Das heißt, wir sind jetzt schon mal, wenn wir zum Beispiel Logs standardkonform machen wollen, können wir das einfach machen, indem wir solche Felder umbenennen. Und dann haben wir eben auch für Services, die nicht standardkonform loggen, im Endeffekt ein standardkonformes Log. Das ist allgemein. Und jetzt schreibt so ein Backend-Service oder so ein Microsoft auch selber noch Access-Logs. Die können wir rausfinden, indem wir eben den Log-Type abfragen. Und wenn der auf Access gestellt ist, dann können wir hier diese Access-Logs auch noch bearbeiten, indem wir hier jetzt auch wieder was umbenennen. In dem Fall ist es die Remote-Address. Die wollen wir umbenennen in Remote-ADDR. Im Weiteren können wir hier jetzt auch noch mehr Aktionen durchführen. Also wir sind pro Filter nicht unbedingt an eine Aktion gebunden, sondern können wir zum Beispiel jetzt auch dieses MSG-Feld löschen. Das heißt jetzt Message. So. Und jetzt ist das Log schon mal ein bisschen weiter aufbereitet. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt auch noch hergehen und wollen die Logs, die der NGINX sendet, aufbereiten. Das können wir ja auch so machen wie oben, nur dass wir hier jetzt eben als Service NGINX selber reinschreiben. Das heißt, hier fangen wir jetzt alle Logs ab in der Elfbedingung, die vom NGINX kommen. und der NGINX hat jetzt ein Feld in seinem Log, das er rausloggt. Das ist das Feld Request und das ist jetzt ein Volltextfeld. Das heißt, da stehen Informationen drin, die wir weiter extrahieren wollen und das macht man mit sogenannten Grog-Pattern in Logstash. Da kann man dann eben hergehen und sagen, okay, ich habe dieses Feld Request und ich möchte da folgendes raus extrahieren. Ich habe jetzt mal sowas vorbereitet, weil da vertippt man sich schnell. So. Das ist jetzt das Pattern, was wir auf dieses Feld anwenden wollen. Das sieht jetzt überhaupt nicht groß nach RegEx aus, es ist aber im Prinzip nur ein riesiges RegEx. Dazu muss man wissen, dass wir dieses Word und dieses NotSpace und Number vordefiniert haben. Da liegen einfach RegEx-Pattern dahinter und Request-Method, URI und HTTP-Version sind einfach Benamungen für diese Gruppe, die wir da fangen wollen. Das heißt, wir matchen jetzt unseren Text, der reinkommt, gegen dieses große RegEx-Pattern und im Endeffekt fallen dann eben diese drei Attribute raus, einmal Request-Method, URI und HTTP-Version. Wenn man jetzt keine JSON-Logs hat, sondern normale Text-Logs, dann kann man mit diesem Grock-Pattern auch diese kompletten Text-Logs eben zerlegen, um so die Informationen, die da drin stehen, rauszubekommen. Nachdem wir jetzt dieses Request-Feld entsprechend gepasst haben, können wir das im nächsten Schritt auch wieder entfernen. und dann habe ich vorhin gesagt, wir wollen jetzt die Geokoordinaten zu einer IP-Adresse wissen. Das sind im Endeffekt drei Zeilen. Man schreibt nämlich nur Geo-IP. Dann sage ich, wo die IP-Adresse drinsteht, in welchem Feld, die er verwenden soll, um eben die Geo-IP rauszufinden. Und dann erstellt er zwei neue Attribute, wo eben die Geokoordinaten drin liegen. Und das kann man sich dann später auch auf der Karte anzeigen lassen. Im nächsten Schritt habe ich ja noch gesagt, wir würden gerne auch mehr Informationen zum User-Agent wissen. Im Prinzip ist es hier wieder dasselbe. Das können wir eins zu eins kopieren, nur dass wir hier natürlich jetzt nicht die Remote-Adress, sondern das Log-Feld User-Agent verwenden wollen. Da der User-Agent aber selbst mehrere Attribute hat, wollen wir die nicht in den Root der Log-Message, sondern unter ein eigenes Attribut klemmen. Dementsprechend müssen wir jetzt ein Target angeben, also in welches Attribut die Daten geschrieben werden sollen. Ich benenne das jetzt mal User-Agent. Und wie oben auch können wir hier das Feld, was wir ursprünglich verwendet haben, löschen. Damit haben wir jetzt die komplette Pipeline fertig, mit der wir unsere Logs parsen wollen. Ich gehe mal sicher, falls ich mich vertippt habe, hole ich mir mal lieber den Stand, den ich vorher ausprobiert habe. Das ist immer ein bisschen gefährlich bei so Live-Demos. Ah, das ist noch falsch. Ja. So. Und dann können wir den ganzen Stack wieder von neuem erstellen. Das ist jetzt notwendig, damit wir halt wirklich keine Daten mehr drin haben und die Veränderungen zuvor sehen können. Gibt es hier Fragen? Die Logs werden ja von FileBeat gesammelt. Also wir haben hier diese FileBeat-Konfiguration und die nimmt alle Docker-Container, die er auf diesem Host, also die er jetzt zur Verfügung hat, also die, die ich hier rein mounte, die werden alle eingelesen. Das Problem ist, ich habe zum Beispiel jetzt auch Postgres-Datenbanken drauflaufen, die loggen nicht in JSON. Das heißt, hier fliegen viele Errors, die wir aber zum Glück ignorieren können und dadurch kann ich, muss ich jetzt gar nichts hinzufügen, weil er einfach alles nimmt, was er irgendwie kriegen kann. Das ist mir egal, richtig. Also die Idee dahinter ist, vielleicht um die Frage nochmal ein bisschen aufzugreifen, für hier Ding, wie weiß ich, woher die Logs kommen und die Antwort darauf ist eigentlich, jeder, der Logs schreibt, muss einfach sagen, wer er ist. Wenn jemand das nicht sagt, dann weiß ich es auch nicht. Das heißt, wenn jetzt irgendein Container da Daten reinloggt, dann habe ich keine Möglichkeit herauszufinden, woher das kommt. Dann müsste ich wirklich alle Logs einzeln durchschauen und so weiter. Wenn man aber eben hergeht und gewisse Guidelines festlegt, wie Logging in dieser Umgebung zu betreiben ist und da eben sagt, hey, jeder Service loggt seinen Namen mit raus, dann ist eigentlich ganz einfach zu identifizieren, wo die Logs herkommen. Noch Fragen? Ja? Ansible. Also bei uns läuft, glaube ich, so ziemlich alles irgendwie über Ansible Sachen und dadurch haben wir eben auch die Möglichkeit, also die Frage war, wie wir die Filebit-Konfiguration verwalten. Zumindest für Ecom weiß ich, dass wir die Filebit-Konfiguration halt auch pro Host updaten können, um eben so Blue-Green-Deployments zu machen und nur die Hälfte aller Hosts abzudaten. Das läuft komplett über Ansible und wenn wir halt das eigentliche Cluster updaten, dann haben wir da eben nochmal extra Ansible-Skripte, die auch wieder Teile des Clusters updaten. Ja? Noch Fragen? Dann sind wir jetzt auch so weit, dass wir uns die Logs von unserem neuen Stack anschauen können. Ich mache da mal ein bisschen was in Daten und hier muss ich auch nochmal refreshen. So. Wir sehen schon, wir haben hier in dieser Message-Spalte gar nichts mehr drin stehen, weil dieses Attribut gibt es nicht mehr. Das haben wir ja umbenannt. Da können wir uns jetzt das Neue holen und jetzt wollen wir natürlich für irgendwelche Services zum Beispiel filtern. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier nach diesen beiden Services zu filtern. In dem Fall möchte ich jetzt alles, was zu Search gehört, wissen. Und wie auch schon angesprochen, Search, also so Microservice, schreibt auch gegebenenfalls selbst Access-Logs. Das heißt, wir können hier auch noch nach Log-Type filtern. Jetzt. Ah, Quatsch, das war genau andersrum. Das ist kein Problem. No. So sollte das nicht sein. Machen wir nochmal neu. Application und den Service. Ja. Irgendwas läuft da amok. Gute Frage, was das ist. Interessiert mich jetzt nicht groß. Wir haben hier, sehen wir jetzt eben die Logs, die dieser Search-Service schreibt. Und da haben wir einmal die Suchen, jeweils mit Search-Term und hier unten eben ein bisschen Business-Logging, was er getan hat, als er gestartet ist. Soweit ist das ganz nett. Sehr gut. Allerdings möchte ich die Daten natürlich irgendwie auch auswerten und am besten visualisieren können. Wir haben hier eben mit Kibane die Möglichkeit, Dashboards zu erstellen. Und hier sieht man schon ein bisschen was. Wir haben eben hier unsere Status-Codes, die wir ausliefern. Wir haben hier unsere User-Agents, wie gerade schon beschrieben, können wir die jetzt aufspalten. Ich habe hier jetzt die nach User-Agent-Name aufgespalten. Das heißt, ich schaue mal, ob das geht. Auf Safari spielt mit. Wenn ich hier jetzt eben auf den Online-Shop draufgehe und mit Safari was suche, dann dauert das jetzt kurz. Oder auch ein bisschen länger. So, und jetzt haben wir hier eben auch den neuen User-Agent in unseren Grafiken drin. Das heißt, das eignet sich auch gut, um eben so Verteilungen rauszufinden, wie viele User-Agents haben wir auf unserer Website. Hier sehen wir, wie gesagt, die Status-Codes. Und hier unten habe ich ein bisschen Business-Analyse reingebaut, in dem ich eben gesagt habe, was sind die wichtigsten Suchterme, die die Leute in diesem Shop suchen. Und in dem Fall sind es einmal Rewe und einmal Bio. Jetzt haben wir ja vorhin auch noch den Geo-IP-Filter hinzugefügt. Der versucht, die Geo-Koordinaten rauszuparsen. Mir ist allerdings bisher noch kein Weg eingefallen, wie man das im Zuge der Demo hier hinkriegt, hier wirklich echte Daten reinfliegen zu lassen, ohne das irgendwie zu mocken. Weil ich ja von Localhost darauf zugreife, findet er für Localhost entsprechend keine Geo-Koordinaten, sondern loggt nur einen Fehler, dass er für die IP-Adresse eben das nicht finden kann. Aber, ja, müsst ihr mir einfach glauben, das geht tatsächlich in Produktionssystemen, wenn man echte IP-Adressen hat. Ja, soweit zu der Demo. Allerdings gibt es jetzt noch einen weiteren Anwendungsfall, für den Fall, dass irgendwas tatsächlich kaputt geht. Jetzt gibt es nämlich böse Hacker, die schauen sich so einen Online-Shop ein bisschen genauer an, scrollen vielleicht noch ganz runter und sehen, da gibt es eine Paginierung. Die funktioniert auch soweit so gut. Wenn man hier oben reinschaut, kann man hier eine Zahl eintragen. Das Schlimme ist, wenn jemand auf die Idee kommt, da Kram einzutragen, den ich eintragen soll. Jetzt haben wir einen Fehler im Online-Shop produziert. Ich mache das mal, damit wir ein bisschen Daten reinkriegen. Als Entwickler kriegt man dann, ah, hier die Nachricht, wir haben 500er Fehler raus. Das ist meistens sehr alarmierend, weil das sollte eigentlich im echten Betrieb nie vorkommen. Und dann heißt es, gut, suchen wir mal. Wir haben jetzt zum Glück gerade eben ja schon vorgefiltert, dass wir, ah, nee, haben wir nicht, aber wir sehen hier schon, als erstes haben wir hier diese Error-Log-Messages. Könnten die jetzt natürlich auch suchen, um noch ein bisschen gezielter vorzugehen. Jetzt haben wir nur noch die Fehlermeldungen, sehen schon, wann die aufgetreten sind und wir sehen hier, der Fehler ist Index out of Range. Dann schaut man sich die Logs in der Umgebung an. Wir sehen hier, dass es an dem Endpunkt aufgetreten und da haben wir jetzt sogar noch beim Access Logs die Parameter dabei und dann sehe ich als Entwickler, ach du Scheiße, da gibt jemand irgendwelche Missdaten rein und kann dann eben darauf reagieren, den Service anpassen, deployen und schon ist das System wieder stabil und die bösen Hacker haben keine Chance, irgendwie in unseren Online-Shop einzubrechen. Ja, soviel zur Live-Demo. Ich schaue mal zurück zur Präsentation. Ja, ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was ich mir wünsche, dass ihr aus dem Vortrag mitnehmt. Zum einen, wenn man zentrales Logging machen will, von Legacy-Systemen aus, ist das meistens erstmal mit ziemlich großem Initialaufwand beziehungsweise ziemlich großen Kosten verbunden, um eben Know-how aufzubauen, um die Infrastruktur herzubekommen und so weiter. Diese Hot-Warm-Architektur eignet sich aber super dafür, wenn man halt große Mengen an Logs hat. Zentrales Logging macht meistens dann Sinn, wenn ich halt dezentral Logs produziere, weil es dezentral ist, meistens dann auch viele Hosts und dementsprechend auch viele Logs. Damit haben wir große Datenmengen und die können wir eben damit dann gut und vergleichsweise billig speichern. Dann JSON-Logs sind einfach zu verarbeiten. Jeder Entwickler weiß, dass man, wenn man eine Log-Library reinzieht, einfach Logging hat, das halt textuell ausgibt, aber die meisten Logging-Libraries, mit denen ich bisher zu tun hatte, haben auch die Möglichkeit, ziemlich einfach so JSON-Logs zu loggen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Programme zu schreiben, die das können, baut das bitte irgendwie ein. Wenn ihr nämlich zentrales Logging benutzt, dann ist das super einfach, so wie ihr das gerade gesehen habt, einfach diese JSON-Logs zu parsen. Gegebenenfalls braucht man eben gar kein Log-Stash. Ja, genau das kommt nämlich jetzt. Wir können mit Filebeat und Elasticsearch eigentlich alles machen, was wir brauchen, wenn wir halt gut genuge Daten von den Services direkt kriegen. Und zum Schluss, wenn wir hergehen und diesen Stack benutzen oder das zentrale Logging einführen, dann gewinnen wir halt Ausfallsicherheit, weil die Logs jetzt zentral liegen und dupliziert sind. Wir gewinnen einen riesen Vorteil im Datenschutz, das heißt, wir sind DSGVO-konform und das ist ziemlich einfach, weil wir die Logs nicht mehr kopieren müssen. Wir haben Audit-Logs und so weiter. Und das Wichtigste für mich ist, wir gewinnen Schnelligkeit. Und das ist auch der größte Faktor, der mich an diesem ganzen Thema begeistert, dass es einfach sehr, sehr schnell ist. Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank für die Leute, die mir dabei geholfen haben, diesen Vortrag so vorzubereiten. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt oder so, entweder auf mich zukommen oder Twitter, GitHub, ja, vielen Dank. Fragen? Ja? Ja, die Möglichkeit gibt's, wenn man eben diese Hot-Warm-Architektur benutzt, dann legt man praktisch für jeden Tag einen neuen Index an und sagt ja auch, nach einer bestimmten Zeit löscht du mir die Bitte. Bei uns ist das jetzt 14 Tage und im Normalfall löscht man halt einfach diesen kompletten Index. Das heißt, man sagt einfach, diese Retention Time für den Index sind, weiß ich nicht, sechs Monate oder so und dann wird der von Elasticsearch automatisch gelöscht. Also alles, was da drin steht. Man kann aber auch vorher noch hergehen und praktisch die Daten aggregieren und damit oder halt DSGVO-konform machen, dass man die auch langfristig aufheben darf und dann kann man die eben in dieser aggregierten Form auch langfristig aufheben. Ja? Habt ihr andere kommerzielle Systeme auch mal evaluiert? So, weiß ich nicht, Curator, Lockerism, ArcSites, so diese kommerzielle nicht Open Source Welt? Also während meiner Ausbildung haben wir mehrere verschiedene Systeme evaluiert. Die erste Idee war, wir bauen Zabbix so um, dass Zabbix das kann. Das war eine sehr schlechte Idee. Darum haben wir die auch zum Glück verworfen. Dann haben wir uns noch Splunk angeschaut als Alternative. Da war aber halt das Problem, dass Splunk uns nicht garantieren konnte, dass die tatsächlich mit den Logmengen so zurechtkommen, was sie eigentlich hätten tun können, aber weiß auch nicht. Ja, das außerdem. Und dann sind wir eben bei Lastic hängen geblieben, tatsächlich, weil wir einen Entwickler hatten, der bereits Erfahrung damit hatte und der hat das ganze Thema auch schon mal für einen Service umgesetzt. und dann war eigentlich das größte Problem, wie kriegen wir diesen riesigen Legacy-Monolithen irgendwie dazu, dass der in Elasticsearch reinloggt. Da waren eben so Constraints wie, das Ding soll direkt in Elasticsearch loggen, ohne Logstash und so weiter dazwischen. Und das war halt so, wie es gefordert wurde von den entsprechenden Fachabteilungen, tatsächlich dann am Ende nur mit Elasticsearch umsetzbar. Bei Rewe Digital machen wir das, benutzen wir neben Elasticsearch zum Monitoring noch verschiedene andere Tools, aber für die eigentlichen Logs tatsächlich nur Elasticsearch. Ich glaube einfach, weil wir da das meiste Know-how in der Firma haben und ja, aber ich glaube, da wurden auch vorher schon andere Services evaluiert, die aber eben zu teuer waren. Ja? Was? Miku? Hi. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile funktioniert, aber in deiner früheren Firma hattet ihr ganz viele Mandanten und ein zentrales Logging und konntet ihr oder habt ihr irgendwie sichergestellt, dass bestimmte Leute nur auf bestimmte Mandanten zugreifen dürfen oder durfte jeder alles sehen und wenn, gibt es eine Möglichkeit, das Mandanten fähig zu machen, dass man sagt, okay, es gibt einen Index oder vielleicht verschiedene Indexe, aber nur einen Kibana und die Person darf auf den einen Index und nicht auf einen anderen Index etc. Ja, also genau das geht eben, wenn man für jeden Kunden einen eigenen Index anlegt, was sehr zu empfehlen ist bei solchen Mengen und dadurch haben wir dann eben eingrenzen können, dass eben auch nur die Support-Mitarbeiter, die für diesen Kunden zuständig waren, Zugriff auf die Logs hatten. Die Logs tatsächlich an Kunden wieder zurückzugeben, war einfach zu riskant, weil wir selber noch nicht genug Know-how hatten zu dem Zeitpunkt, um eben sicherstellen zu können, dass ein Kunde nicht doch irgendwas sieht, aber zumindest theoretisch geht das und wir haben das auch praktisch evaluiert, dass es so funktioniert. Also, ja. Und das auch nur mit einem Kibana-Interfax? Genau. Und in der freien Variante oder in der... Ah, das geht in... Ich weiß nicht, ob es inzwischen in der freien Variante geht. Wir haben das damals eben komplett bei Elastic Cloud gehostet gehabt, weil wir keine Möglichkeit hatten, so viele Daten irgendwo hinzuschieben als eben in die Cloud. und da haben wir das X-Pack-Plugin dabei. Das ist auch bei... Also, gerade wenn man solche Sachen macht, sehr zu empfehlen, einfach zu benutzen, weil wir eben so Sachen wie LDAP-Anbindungen oder eben auch, was ich ziemlich cool finde, die Machine Learning Features, die jetzt eingebaut wurden, einfach dabei hat. Und ja, wenn man in die Cloud geht, hat man es sowieso. Aber genau für diese Multi-Tenant-Fähigkeit ist das halt das Nonplusultra und ist auch super gut umgesetzt, sehr einfach zu konfigurieren. Geht die Multi-Tenant-Fähigkeit auch? Okay, also aber seit 7.2 ist das... Genau, seit 7.2 Role-Based Access Controls sind dann kostenlos verfügbar auch. Ja. Noch Fragen? Ja. Ah. Eine kurze Frage noch. Wie verhält sich denn der FileBeat oder der Elasticsearch, der Logstash, wenn der Host nicht erreichbar ist, also die Masternode? Behält er das und versucht er es wieder? Oder sind die Logs in dem Fall einfach verloren? Oder speichert er lokal oder im Zweifel stützt er dann irgendwann die ganze Docker-Node ab? Okay, also FileBeat unterstützt an sich erstmal Backpressure. Das heißt, wenn der Host gerade die Daten nicht verarbeiten kann, an den er schicken soll, schickt er das da erstmal nicht hin oder schickt weniger Daten hin, je nachdem. Wie lang der die speichert und so weiter, weiß ich tatsächlich nicht. Da kommt es dann halt wahrscheinlich auf Konfigurationen drauf an, wie das genau eingestellt ist. Und bei Logstash sollten eigentlich, ja, der wird das wahrscheinlich genauso machen, also Logstash unterstützt eben meinswissens auch das Backpressure in Richtung Elastic hin, zumindest in Teilen. Und ja, was natürlich immer ratsam ist, darum haben wir auch das Redis eingebaut in die Mitte, dass wir halt so ein Cache haben, um eben bei Ausfall von Nodes zum Beispiel immer noch hergehen zu können und die Daten da rein zu cachen und dann sind die erstmal persistiert und gehen nicht verloren, zumindest für kurze Zeiträume. Für länger sollte so ein Cluster ja eh im Normalfall, also ein Cluster sollte ja so aufgebaut sein, dass es eben ausfallsicher ist und dementsprechend zumindest irgendeine Node erreichbar sein und dadurch, ja. Sichert ihr die Daten noch zusätzlich? Backup oder irgendwas? Bei uns ist das jetzt nicht, nee, also meines Wissens tun wir das nicht. Simpel aus dem Grund, weil es viel zu viele sind, also wir haben eine Sekunde, wir haben im Stack selber, glaube ich, so um die sechs, sechs Terabyte? Nee. Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Ah, hier. Ja, doch, sechs Terabyte an Logdaten. Das heißt, wir haben die doppelt. Das sind, ich glaube, wir haben 13 Terabyte an Daten zur Zeit verbraucht von dem, was wir in den Nodes haben und wir hoffen einfach, dass nicht alle Nodes oder zwei von den Nodes gleichzeitig ausfallen. Bei uns ist das jetzt aber auch nicht so schlimm, weil das ja nur die Logs aus der Microsoft-Umgebung betrifft und die müssen wir aus rechtlichen Gründen gar nicht speichern. Das heißt, wenn die weg sind, ist zwar für die Entwickler ziemlich blöd, aber wir haben da rechtlich keine Probleme. Noch Fragen? Dann vielen Dank. Applaus 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 Applaus